Hey, liebe Leute, lang, lang ist ja, dass ihr meine Stimme ertragen musstet. Ich bin wieder da. Und ja, wir hatten noch welche coolen Spiele wie Left 4 Dead, Counter-Strike, Forrest. Wir haben in der Zeit gespielt, Assassin's Creed und und und. Diese ganzen Spiele werden erstmal pausiert. Und ja, ich hatte durch meine zweimonatige oder fast dreimonatige Inaktivität aus privaten Gründen keine Zeit mehr gehabt, das irgendwie weiter fortzuführen. Und mir fehlt auch zur Zeit an diesen Spielen die Lust und der Spielspaß. Und ja, dafür fangen wir mit einem neuen kleinen Mini-Spiel vielleicht nicht, aber mit einem kleinen Spiel an. Ich hoffe, es wird euch richtig gut gefallen. Und ja, viel Spaß mit den Videos. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, es kommt jetzt jeden zweiten Tag, wenn ich mit einem Video wiederkomme oder jeden Tag mal schauen, wie ich es schaffe. Aber jetzt film ab und das Show must go an. Woooo! Yeah, und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Spielchen namens Rocket League. Viel Let's Planes. Ich spiele sehr viel in meiner, ja, Freizeit kann man es nennen, wenn ich noch welche habe. Ja. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen Rocket League spielen. Eine Art Fußball-Auto. Ich schieße dir Bälle ins Torspiel. Keine Ahnung. Ich habe es auch jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr gespielt. Ich bin völlig raus. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Und füge einfach mal. Wir spielen jetzt erstmal ein Match. Rookie. Gegen. Ich habe keine Ahnung, wo der Turbo war. Keine Ahnung, wo der Turbo war auf dem Rechner. So. Wo war der Turbo, Alter? Wo war der Turbo? Äh, Tab nicht. Halt nicht. Wo war denn der Kack-Turbo? Ah, Maus. Okay. Okay. Die Maustaste. Okay. Jetzt kommen wir wieder anfangen. Irgendwo ist Hupfen. Bestimmt. Ja, der zweite Maustaste. Okay. Jetzt sind wir voll drinnen. Zack. Ich muss noch wieder klarkommen, ja. Nein! Nein! Oh ja. Was mache ich? Ich bin dumm. Lass mich. Ich kann das. Oh man, da wird uns der Bob von Gegner völlig weg konzentriert. Wow. Also wir spielen gegen Rookie. Maustaste Tour ist natürlich richtig schwer. Ich spiele jetzt eigentlich nur mit Controller auf der PS4. Aber Maustaste Tour, das muss herhalten jetzt. Waaaii! Hallo! Willst du dich mal? Haha. Ich bin gar nicht so schlecht geworden. Jetzt sind wir mit einem Kumpel immer gesuchtet. Also das war ziemlich cool. Also zweit. La Console mit Fieber. Ey, Alter, willst du mich jetzt nicht verarschen oder sowas? Ich benutze ja auch den Bus nur, weil ich eigentlich immer Torwart bin in dem Spiel. Also... Torwart Ben! Und nicht! Torschieser! Zack! Waaauuu! Hey, Jim! Wir müssen grad gegen Jim Knopf ran. Er ist ziemlich heftig. Ist immer noch stinkig, dass er... Seine... Pimmelbahn! Ne, Jim Knopf war doch der kleine schwarze Junge. Also schwarze Junge, aber dieser kleine. Ich will es jetzt nicht so nennen, wie es im Original klingt. Weil das... Das ist wohl noch falsch aufgefasst. Waaaiii! Jim! 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 Slim Jim! Naja, das ist anders. Das kann doch nicht sein. Ich trifft... Trifft den Scheiß. Bell nicht! Jetzt! Meinu Gott, Walter! Meinu Gott, hier! Ich mache dich tot! Hell ist Kampai! Geh da rein! Oh mein Gott, was hält der Scheiß! Er macht mir halt auch privat... Ich will Spaß! Sieht schon, ich bin voll begeistert von diesem Game. Oh man, das ist so cool, dass man verliert. Gerade zurücklegt. Es läuft grad bei mir wie im FIFA. Es läuft grad bei mir wie im FIFA. Es läuft grad auch ein bisschen kacke. Ja! Nee! Du blöder Baldu! Aber würdest du mich rollen? Würdest du mich ein bisschen rollen, ja? Ich kämpf grad gegen Huki, also... Ne, ich kämpf gegen Weltklasse, also das kann ich grad nicht ändern. Oh Mann, ist das schlecht! So! Oh! Habe ich ner worden! Ausgebremst! Die Saudi! Sag mal, kannst du mich ein bisschen verarschen oder was? Das kann doch nicht wahr sein! Sag mal! Ich hasse dies! Ich spiel dies nie wieder mit malischen Tastatur. Das nächste Mal spielst du Gott Reiler! Das ist ja die Art, ja! Soll ich mich rollen? Oh! Ich dachte schon! Ich dachte schon, der Slim Jim 5000 hier wird mich nieder machen! Ich glaub's nicht! Ja! 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 Oh isme grad… Dup 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 Dup. Was ging da rein? Huuah. Jaaaa! Orange hat jemanden! Oh wir haben den Reifen bekommen. Die Velo2 Wheels!